Das ist nicht so einfach. Ne. So, Tatooine ist angesagt. Was ist das jetzt? Überleben. Wir gegen den Rest der Welt? Wir gegen den Rest der Welt. Wir kriegen ein paar Wellen entgegengeworfen. Achso, das ist das. Okay. Wollen wir noch mal gucken, wie gut wir damit klarkommen. Ist aber noch auf Easy Mode. Ja, allein ging auch einigermaßen. Wo sind wir? Danduin? Danduin. Nicht Danduin, Danduin. Danduin ist ein anderer Planet. Danduin ist dort, wo die Jedi ihre Tempel haben, ne? Ne, das ist der Planet, glaube ich, den Prinzessin Leia, dem Imperium, sagt, dass sich dort angeblich die Rebellen verborgen halten. Und sie hat ja gelogen. Achso. Glaube ich jedenfalls, dass es so war. Ich soll doch mal auf Start und nicht. Das wäre nicht übel. Nicht meine beste Landung. Da springt, da brauchen wir nicht zu gucken. So. Ah ja, das kenne ich. Ich glaube, da oben ist eine ganz gute Ausgangsstelle. Ne, das war falsch. Die falsche Richtung gelaufen. Richtung Sternzerstörer, da auf dem Plateau ist eine ganz gute Position. Das ist schon Gegner. Ja. Da kommen die Mengen. Sturmtupler. 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 Bei laut. Bei laut. Hehehe. Ich glaube, zu klar. Bei laut. Das wird die Biberium eine Leere sein. Okay. Das war das schon. Müssen wir mal gucken, ob hier irgendwo Nachschub kommt. Ich glaube, wir in die Richtung zum Nachschub. Ich glaube, wir in die Richtung zum Nachschub. Da kommt aber schon wieder was. Ich habe hier irgendein komisches Insekt. Oh. Das war es ja du. Das war auch schon die Seite. Okay. Ach da. Versorgungskapsel. Wo kommen sie? Das war's gut. Ach jetzt hast du die. Wir haben die erste Kapsel lokalisiert. Ja? Ja. Ja. Oh, da kommt sie. Feind ist die Reichweite unserer Scanner. Jojo. Feind. Unsere Scanner haben einen ATS-T geordet. Ah. Hm. Großer Eisenwagenladen. Bald haben wir die Rettungskapsel unter Kontrolle. Wo ist denn der? Ach da. Ach. Schmack nur, wie ich getroffen werde. Kümmer du dich mal. Ich verteidige die Kapsel. Super. Du brauchst mich nicht verteidigen. Ach stimmt. Das funkt ja nur er. Hallo. Wir haben die Rettungskapsel in Besuch genommen. Gibt's ein paar nette Goodies. Was hast du denn? Einen Raketenwerfer. Hier liegt aber noch ein bisschen mehr rum. Da wo ich bin. Lock den ATS-Team in meine Richtung. Ah, da ist er ja. Da bist du. Was ist das denn? Einen Angriff? Ja. Aber der ist ja immer noch da. Hallo? Ist nicht mehr. Geht doch. Ja wo seid ihr denn? Oh. Ich hab ein extra Leben. Ich hab ein extra Leben. Ah, Scharfschützen. Wo kommt ihr denn her? Oh. Vielleicht sollte man noch ein bisschen zusammenbleiben. Ja. Ich glaub's auch langsam. Achtung Schock. Truppe direkt um die Ecke. Sehr schön. Da ist wieder was. Das kleine Ding. Komm auf. Oh na. Lade. Das ist ein Aufladeobjekt. Da kommen sie. Schaut wieder. Ich hab ein richtig schlechtes Gefühl. Die reale Sprungtruppen in ihrem Bereich. Ich hab das Gefühl wie sie sitzen hier auch gepräsentiert. Della. Ja ich glaub's auch. Oh. Ich geh besser. Ich geh besser. Ja. Ja ich glaub wir haben's gleich mit. Ey. Hallo. 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 Bin hier. Hallo. Hallo. Die kommen von. Anderen Seite. Halten sie die Augen nach einem imperialen Suchdroiden offen. Bereit machen. Da hinten. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Da, ich sehe ihn. Ah ok. Da ist er. Eine ist aber noch da. Ja, man ist zweiein. Aber ich höre ihn. Da ist er doch. Ich gehe mal oben aus, schau halten. Alle Mann auf ihre Posten! Oh. Oh. Die nächste Welle ist weit getroffen. Oh. 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 Ich muss ja nicht daneben stehen bleiben. Ich muss hier ein Auge haben. Wer will denn noch was? Boah, man hat halt Treff die Mistdinger. Könntest du die mal treffen? Ja, ich bin dabei. Ihr seht denn. Nicht so leicht zu verklappen. Nicht so leicht zu verklappen. Nicht so leicht zu verklappen. sag mal ich treffe das dinger nicht das kann noch nie mal sein schaffst du es aber ganz gerne mal an das andere geschützt gegen ja ich war gerade ich wachte gerade auf ein wiedereinstieg das andere geschützt ja das hier auch gleich okay was für eine schande wir haben neue tobo leser wie schön ja du hast du jetzt gerne mal mit ihnen ja das war schon nicht schlecht glaubst ja nicht geht doch super super im kampfgebiet der feind ist gleiche reichweite wir haben eine imperial schulgruppe in diesem quadrat beortet Was ist das? Weißt du, wen ich gerne als Bonuscharakter hätte? Kylo Ren. Weißt du, was denn seine Spezialfähigkeiten wären? Was? Wutausbruch und Helm abnehmen. Aber das kann er verdoppend gut. Oh ja, das kann er. Da kam die denn jetzt auf einmal her. ich glaube dass wir jetzt gleich wieder tiefe ich befürchte es ist ein schluck trinken vielleicht treffe ich dann besser wo es jetzt war meine leistung einem turbo laser in zweifel ich glaube es ist die kapsel aber ich gehe mal in den turbo laser kommt ihr denn alle her ich bin recht gut ich musste auch gerade eben die segel streichen auch der cover super der turbo laser ist schon platt kann man nicht sagen das muss ja wohl doch treffen dieses fiech natürlich doch aber wenn der tajäger mich von oben platt macht habe ich keine chance ja gescheitert na gut wir sind wohl doch nicht so so gut für leicht für schwer also das ganze noch mal in easy ja normal das ist ja nicht easy das ist ja normal normal na gut ich verstehe dann noch mal teil weiter ja aber ich das hatte weniger was mit dem schwierigkeitsgrad zu tun